Nee, was ist das? Licht aus. Normal, dass wenn man so ein Licht ausmacht, einfach mal eine Kiste von oben runterkommt. Dein Ernst? Bob. 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 Spaß mit Kisten. So. Fast. Und jetzt. Wie habe ich das gerade hinbekommen? Ach, na klar. Jetzt weiß ich es wieder. Uh. Ja. Ja. Tut mir leid. Jetzt nicht auf unseren Kopf. Oh Mann, ey. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das dann auch da runterrutscht, wenn wir es dann gleich da aktivieren. Dass es dann da hochfliegt und gegen das Ding da fliegt. Ja, die Kisten können wir dann beide abholen. Ne, stimmt. Wir müssen uns ja vor dem Schusskommando dann schützen. Deswegen einmal wieder Kiste runter, bitte. So. Das Level-Design ist echt großartig. Man hat das Gefühl, das wurde echt mit viel Liebe gemacht, ey. So. So. Zu dir komme ich gleich zurück. Jetzt hoffen wir mal. Drück mal die Daumen. Ja, sehr gut. So wird ein Schuh draus. Trotzdem müssen wir uns beeilen. Ne. Rutsch doch nicht weiter als nötig, ey. Das muss jetzt wohl landen. Okay. So. Haha. Damit hätten wir das auch geschafft. So. Okay. Vögelchen. Das zerquetscht mich doch gleich wieder. Bam. Bam. Hm. Wir machen einfach mal. Rüber hier. Okay. Kann ich hier an dem Seil was machen? Warte mal, wenn wir das jetzt so aktivieren und jetzt das da wieder ausschalten. Da ran hängen. Nee, macht er nicht. Bam. Das zerquetscht mich kürre, ey. Oh, Mann. Das ist jetzt wirklich hier nur noch... Ach. Nachdenken, nachdenken, nachdenken. Und das morgens um drei in Deutschland. Hahaha. Ich hätte mir einen Red Bull zurechtlegen sollen oder sowas. Aber müde bin ich ja nicht mal. Wir könnten uns verstecken. Haha. Ach, Mann. Mann, 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 Mann. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssten mit dem Seil irgendwie was machen, aber irgendwie auch nicht. Bam. Von einem Rätsel ins nächste Rätsel. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was bisher so euer Lieblingsrätsel war. Was ihr bisher am coolsten fandet. Am originellsten von mir aus auch. Vielleicht ist es jetzt sogar das hier. Ich würde ja gerne hier mit dem Seil was machen, aber ich darf ja nicht. Nee. Das ist verrückt. Ich laufe ja immer nur sinnlos von links nach rechts. Jetzt wackelt das Seil halt dann immer. Und jetzt... Zack. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es da oben. Ich würde halt so gerne mit dem Seil mal was machen, irgendwie. Darf ich nicht? Boah, ich muss mich immer zusammenreißen, dass ich euch jetzt hier nicht irgendwelche Lieder vorsinge, weil ich immer irgendwelche Ohrwürmer habe, ey. Sofern für diejenigen, die es wissen wollen, mein Ohrwurm ist gerade Matzen. Happy End. By the way. Ey, ich raste hier gleich aus. Ich hoffe, für uns gibt es ein Happy End, ey. Vielleicht habe ich auch deswegen den Ohrwurm. Er war oh plötzlich da. Keine Ahnung wie. Vielleicht habe ich mir so sehr einen Happy End... Ja, also wenn wir das Ding jetzt hätten ziehen können, also... Da hätte ich mich gewundert. Haben wir hier irgendwas vergessen, was wir hätten mitnehmen können? Nö. Eine Leiter. So, jetzt fliegt das wieder hoch. Würden wir es jetzt wieder ausmachen, fliegt es wieder runter. So, fliegt das jetzt hoch. Wir aktivieren das hier. Magneten. Was ist das? Machen das hier wieder aus. Jetzt bleibt es trotzdem oben. Ah, Mann, ey. Das kann es doch nicht sein, ey. Vor allem, ich kann ja nicht schon wieder einen Cut machen und sagen... Also, ich sage nicht... Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr versteht mich hoffentlich. Ich will nicht wissen, wie oft ihr euch jetzt gerade eben schon an den Kopf gefasst habt. Junge. Junge. Macht doch einfach das und das und dann ist alles gut. Schick, alter, külapetischer Bier. Funktioniert aber nichts. Boah, ey. Boah, ey. Ich rast aus. Dieses Seil macht mich verrückt, wie es dann immer so rumlabbert, ey. Leute. Ich will euch jetzt hier auch nicht so eine ganze Folge mit diesem... Mit einer und derselben Szene irgendwie da bieten. Das ist ja dann nichts. Ey, ich stelle mich gleich nur so ein Ding drunter, ey. Mach's mal anders. Wollen wir erst mal das Ding an? Wollen wir das Ding an? Wollen wir das Ding aus? Wieder an, wieder aus, wieder an, wieder aus, wieder an, oder? Entschuldigung. Das muss manchmal raus. Ich habe manchmal so ein Bedürfnis. Dann muss ich das einfach rauslassen. Das sind meine Gefühle. Ja, ich habe Gefühle. Auch wenn ich nur komplett schattig bin mit weißen Augen. Ich habe Gefühle. Auch wenn man es mir nicht ansieht. Ne, Leute. Sorry. Ich habe keine Idee. Aktivieren. Aktivieren. Hochspringen. Wir haben nicht immer ein Messer oder eine Schere dabei, dass wir das hier mal durchschnippeln könnten. In die Hände nimmt er es auch nicht. Ranspringen tut er nicht. Boah, ey. Der macht nichts. Nur sterben. Das kann er gut. Ne, wir kommen nicht drum rum. Ich muss hier nochmal einen Cut machen. Tut mir echt leid. Aber, bam. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja. Äh. Was soll ich zu der Lösung sagen? Es ist einfach nur durch pures Glück passiert. Wir müssen das hier aktivieren. Und ich bin einfach nur hier hingerannt und war so sauer. Ich habe einfach immer nur 4 gedrückt. Genau so. Und dann bleibt das rechte Ding unten und das linke ist oben. Ich habe keine Ahnung. Es hat einfach funktioniert. Ich war sehr froh. Aber es ist eigentlich nicht daraus. Ich habe diese Lösung nicht gefunden, indem ich sie hatte. Sondern es war einfach nur Glück. So, wir sehen hier. Das ist schon wieder das nächste Rätsel. Ey, das ist der Wahnsinn. Oh. Ein Stück weiter vielleicht? Wäre eine Idee. Ja, das schaut doch schon besser aus. Geht es jetzt auch zurück oder? Ne, okay. Gut. Zack. Und. Und. Komm, komm, komm. Nee, das funktioniert so auch nicht. Ja, aber die Idee ist die richtige. Das gibt es ja wohl nicht. Nein. Warum? Warum geht das Seil in dem Moment zurück? Warum? Warum? Das ist gleich beim ersten Mal. Äh, nein. Ich lasse mich nicht aufspießen. Irgendwie sind wir auf dem Dächern unterwegs. Ah. Oh, oh. Oh, das war knapp. Nein, warum springt denn der nur so kurz? Das hat doch so gut funktioniert bis dahin. Ah. Das hat doch gerade so gut funktioniert, ey. Nein. Och, Mann. Ja, weil ich gerade eben nicht nachgedacht habe, sondern einfach gemacht habe, ey. Boah, ich dachte, wir hätten es geschafft. Weil ich gerade einfach nur gemacht hatte, ey. Und ran ans Seil. So. Mann, 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 Mann. Wo kommen wir jetzt hin? Müssen wir das wieder zum Räumen bringen? Nö, ne? Nö. Einfach hier runter. Aber das kommt uns jetzt nicht hinterher gerollt, oder? Quetsch? Nö. Was kommt da noch geflogen? Wie? Zeit? Vergiss es. Ernsthaft? Ist er hier? Zeitgedöns, Mist, ey. Halt dich fest. Oh. Komm. Komm. Oh. Komm. Wieder hoch. Mensch, jetzt hier auch noch ihr Timing und alles. Wie? Wie? Na? Hoch. Oh. Wieso bin ich jetzt wieder oben? Was soll denn der Mist? bist? Zu spät. Komm! Schneller! Beweck dich! Oh! Ey! Meine Nerven, ey! Schon wieder hier runter? Oh! Du musst ja echt auf die Musik hören! Nein! 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 Ich hielt hier raus! Jetzt habe ich zu sehr nachgedacht, was wir machen müssen und hab... Oh! Okay. Zu früh! Zu früh! War das die Hand, die es geschafft hat? Wieder zu früh! Mann, Mann, Mann! Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Wenn wir jetzt hochfliegen, was kommt da? Ich war... Ich hab gedrückt. Ich hab doch... Ich hab doch... Ich hab doch viel gedrückt. Hä? Willst du mich jetzt... Hä? Wo muss ich denn da jetzt treffen?